Servus T4 Gemeinde, in diesem Video zeige ich euch, wie einfach es ist, den Ausgleichsbehälter zu tauschen, ohne das komplette Kühlwasser ablassen zu müssen. Bevor es losgeht, erstmal vorweg, bei Arbeiten am Kühlsystem darauf achten, dass der Motor kalt und das Kühlsystem drucklos ist. Los geht's. Warum tausche ich eigentlich den Ausgleichsbehälter? Dies hat bei mir zwei Gründe. Erstens, der Ausgleichsbehälter ist bei mir im Inneren total verkalkt und die Kalkablagerungen, auch Kesselstein genannt, fangen an, sich langsam abzulösen und im System zu verteilen. Die Ursache hierfür ist, das vor einem Jahr komplett neu eingefüllte Kühlmittel. Übrigens solltet ihr das Kühlmittel spätestens alle sieben Jahre bei euren Fahrzeugen tauschen. Zweitens möchte ich den alten Verschlussdeckel des Ausgleichsbehälters tauschen, da dieser ein kombiniertes Druck-Rückschlagventil, Doppeldruckventil ist. Dieses Ventil öffnet eigentlich bei einem Überdruck zwischen 1,3 und 1,5 Bar. Bei mir hat es leider nicht so funktioniert und auch nicht geöffnet und die Dichtung an dem Hauptmotorflanscht für Kühlwasser beschädigt. Hierzu aber in einem anderen Video mehr. Generell soll der blaue Verschlussdeckel, nach höheren Sagen aber nur, etwas früher auslösen als die schwarzen. Ist aber bis heute nicht bestätigt. Wenn es jemand genau weiß, sollte er es bitte in die Kommentare schreiben, damit die Community etwas davon hat. Um das Wasser jetzt aus dem Behälter abzulassen, braucht ihr ein Stück Schlauch, einen kleinen Behälter, den ihr unten einfach auf den Boden stellt. Den Schlauch fädelt ihr am besten durch diese Klammer durch, die die Haube festhält, beziehungsweise das Schloss, damit euch dieser Schlauch nicht wegrutscht. Dann stochert ihr mit dem Schlauch so lange herum, bis ihr die tiefste Stelle erreicht habt und dann müsst ihr vorsichtig nur ein bisschen das Kühlmittel ansaugen. Bitte nicht verschlucken, das ist nicht gesund, das Zeug und wirklich deswegen auch den transparenten Schlauch nehmen, damit ihr seht, wo das Kühlmittel ist und in diesem Moment, wo es etwas tiefer ist als der Kühlwasserbehälter, einfach rauslaufen lassen. Durch die Gravitation läuft das Kühlmittel jetzt langsam raus. Ihr könnt mit dem Schlauch ein bisschen unten rumstochern, dass ihr so tief wie möglich reinkommt. Am besten so weit runter, bis ihr an diesem Anschluss angekommen seid und hier könnt ihr sehen, dass das Kühlmittel wirklich gut rausläuft und wenn ihr da jetzt ganz genau aufpasst, kommt ihr wirklich bis nach ganz unten hin, sogar in das Gummi hinein, beziehungsweise in den Schlauch vom Motor, wo der Motor halt das Kühlmittel an dieser Stelle ansaugt. So, einfach noch ein bisschen rumstochern und dann kommt wirklich auch alles so weit raus. Nachdem ihr jetzt den Behälter geleert habt, einfach das Rohr wieder wegpacken und dann könnt ihr auch schon anfangen, die anderen Teile zu entfernen, die an dem Behälter befestigt sind. Einmal ist es in diesem Fall hier bei mir der Gaszug, es ist ein 2 Liter Benziner AAC. Dann entfernt ihr den Rücklauf, die Schelle einfach mit einer Kombizange zusammendrücken. Man braucht nicht viel Kraft, das kriegt eigentlich auch jeder hin. Einfach die Schelle zusammendrücken, etwas nach hinten ziehen, so gute 3 bis 4 Zentimeter wegziehen von der eigentlichen Position und mit etwas hin und her ruckeln. Nicht so stark, nicht dass ihr den Anschluss von dem Behälter abbricht, könnte nämlich auch passieren, ist aber auch sehr selten, soweit mir bekannt. Und dann einfach die Sachen zur Seite legen. Dann nehmt ihr euch am besten noch einen Lappen oder ein altes T-Shirt, wie in meinem Fall, legt das drunter, sollte immer noch irgendwas auslaufen. Dann entfernt ihr hinten die Kappe, die die beiden Schrauben schützt, beziehungsweise so einen Warnhinweis trägt. Einfach nach oben anheben, herausheben mit einem Schlitzschraubenzieher und dann seht ihr auch schon die beiden Schrauben, die den Behälter befestigen. Zum Lösen braucht ihr einen Steckschlüssel, 10 Millimeter, am besten eine lange Nuss. Ich hatte die gerade nicht zur Hand, beziehungsweise ich hatte keine Lust, jetzt bei mir die zu suchen, die lange. Einfach aufstecken, dann den Bit etwas drüberstecken, sodass ein bisschen Platz ist und dann kriegt man die auch gelöst, auch wenn das Gewinde so weit rausguckt. Also eine normale Zehnernuss reicht wirklich aus. So, rausdrehen. Es ist jetzt kein metrisches Gewinde hier, sondern eher so ein Kunststoffgewinde, beziehungsweise wie bei Holz- oder Blechschrauben. Einfach beide Schrauben lösen. Die zweite ist auf der anderen Seite. Die wird genauso gelöst und sieht im Detail jetzt wirklich so aus. Jetzt zeige ich das mal ein bisschen genauer. Leider konnte ich keine Teilenummer dafür finden, also verliert sie nicht. Ihr habt da nur zwei davon. Dann den Stecker einfach abziehen, die Klemme zusammendrücken. Dann könnt ihr den Stecker zurückziehen. Dieser Stecker ist eigentlich nur, beziehungsweise der Sensor drin ist, nur für den Füllstand. Und dieser hat bei mir auch schon ein bisschen gesponnen. Dann den Behälter nach oben abziehen und mit einer großen Krimzange einfach unten die Schelle zusammendrücken. Und einfach ist ein bisschen leichter gesagt, als getan. Das ist jetzt etwas eine größere Schelle, die da unten ist. Und eigentlich geht es mit der Krimzange. Und wenn es nicht damit funktioniert, dann nehmt ihr einfach eine Wasserpumpenzange. Bei der Schelle gilt genau dasselbe wie bei der oberen. Einfach zusammendrücken und nach unten wegziehen. Dann hilft es einfach unten, den Schlauch festzuhalten und den Behälter mit links und rechts drehen zu lösen. Und ihr seht, ein bisschen ist vielleicht noch rausgekommen. Drei, vier Tropfen und das war's. Und damit habt ihr jetzt den alten Behälter ab. Dann einfach in umgekehrter Reihenfolge das ganze Ding wieder zusammenbauen. Also, Behälter wieder drauf. Und jetzt schon unbedingt darauf achten, dass ihr den Behälter ausrichtet, solange die Schelle unten nicht drauf ist. Also wirklich kontrollieren, ob der passt. Da musst ihr mich unten mit dieser langen Nase dort in diese Längsöffnung auf dem Blech passen. Dann guckt ihr nochmal, ob die Bohren bzw. die Löcher für die Schrauben passen. Und dann könnt ihr erst die Schelle wieder drüber machen. Und jetzt fummel ich mir hier wirklich einen ab mit dieser Krimzange, weil die dann halt etwas zu klein ist für diese Schelle. Ich hätte eine Wasserpumpenzange nehmen sollen, dann hätte das eigentlich sofort geklappt. Aber um es zu zeigen, halt hier etwas langsamer. Ja, so dauert das jetzt ein bisschen. Ich lasse es mal aus Absicht laufen, damit ihr seht, wie ich damit umgehe. Und damit ihr auch das Gefühl dafür kriegt, was euch dann halt erwartet. Das ist eigentlich die schlimmste Stelle, wenn ich ehrlich bin. Alles andere ist wirklich ein Klacks, das zu tauschen. So, dann den Behälter natürlich wieder draufsetzen. Und was ich jetzt mache, ist, unten ist auf diesem Rohr bzw. auf diesem Schlauch nochmal so eine kleine Schelle, die den Gaszug führt. Achtet darauf, dass der Gaszug dort wieder hinkommt. Aber wie gesagt, soweit ich weiß, nur bei den Benzinern in dieser Form. So, dann alles wieder befestigen und schauen, ob das alles passt. Den Stecker drauf, den Rücklauf wieder draufstecken. Noch nicht den Behälter feststrauben. Wirklich so lange warten, bis die Schläuche befestigt sind. Jetzt könnt ihr die Schrauben wieder reindrehen. Und hier ein Tipp, sprüht sie einfach mit weißem Sprühfett ein. Dann erstens gammeln sie nicht so schnell und zweitens härtet das Sprühfett aus und hält somit auch Feuchtigkeit weg von dem Gewinde bzw. auch von den Löchern bzw. von den Bohungen in diesem Blech. Und dann gammelt euch das Blech nicht so schnell bzw. die Stelle. Dann halt die letzte Stelle noch drüber schieben und das war es eigentlich schon und damit seid ihr durch. Das heißt, das Video dauert jetzt ca. 8 Minuten und glaubt mir, er schafft es wirklich in 10 Minuten diesen Behälter zu tauschen, inklusive ablassen. Und am Ende achtet ihr nochmal, dass der Gaszug wirklich sauber läuft, der nicht irgendwo klemmt bzw. es ist nochmal so eine Schutzhülse drum, wo sich dann eigentlich der Gaszug nochmal drinnen bewegt. Und da solltet ihr wirklich darauf achten, dass das alles sauber wieder an richtiger Position ist. Am besten vorher auch mal ein Bild mit dem Telefon, also mit dem Smartphone machen, damit ihr immer einen Vergleich habt, wie es bei euch ausgesehen hat. Sollte das zum Beispiel ein TTI sein, also ein Diesel. Dann die Schrauben wieder reindrehen, die Kappe wieder drauf. Und damit ist eigentlich der Tausch jetzt schon abgeschlossen und jetzt kommen wir eigentlich schon wieder zur Befüllung. Hier nochmal ein Tipp, immer einen alten Trichter irgendwo haben, das ist jetzt hier so ein alter Benzintrichter bei mir. Und dann füllt ihr mit dem gleichen Kühlmittel wieder auf, welches ihr drinnen habt. Das heißt, erstmal herausfinden, was für ein Kühlmittel ihr habt und erst dann wirklich auffüllen. Zur Not könnt ihr auch das Abgelassene nehmen, aber schaut, dass da nicht irgendwelche Reste drin, also irgendwelche Teile rumliegen. Hier nochmal eine kleine Tabelle, worauf zu achten ist. Das heißt, unbedingt darauf achten, dass ihr G11 mit G12 nicht mischt. Das heißt, diese beiden Kühlmittel dürfen auf keinen Fall miteinander vermischt werden. Sollte es dennoch passiert sein, müsst ihr leider das komplette System ablassen und komplett nochmal neu befüllen. Das ist Pflicht. Und zwar so schnell wie möglich, weil die Mittel miteinander reagieren können. Welches ihr danach einfüllt, spielt laut VW eigentlich keine Rolle. Ich würde aber immer das einfüllen, was bereits in diesem System war. Danach Motor starten, zwei, drei Minuten laufen lassen, bisschen beobachten und generell zwischen Min und Max auffüllen. Also genau in der Hälfte solltet ihr ein bisschen drüber sein, so wie ich. Ist es überhaupt kein Thema, kein Problem. Dann nochmal beim Deckel zumachen. Nicht den Deckel felsballern wie Arnold Schwarzenegger, sondern wirklich nur handfest. Und am besten ein Stückchen, ein Zehntel wieder zurückdrehen, damit der Deckel auch wirklich funktioniert. Und sich später auch nochmal öffnen lässt ohne Werkzeug. Das war es von mir. Bis zum nächsten Video. Tschüssi. 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 Tschüssi.